Okay, Männer, formiert euch. Okay, gute Arbeit. Dixon, hab das Bataillon am Funkgerät. Okay. Ja, ich sag's ihnen. Danke, Sir. Ich hab gute und schlechte Neuigkeiten für euch Jungs. Die Kanadier haben den Leson eingenommen. Die Polen sind im Norden nach Wimuthier vorgerückt. Die Deutschen sind ziemlich gut eingekesselt. Bei uns ziehen sie sich Richtung Chambois zurück. Was sind die schlechten Nachrichten? Wir werden nach Chambois vorrücken. Das ist Selbstmord. Wir haben nicht genug Männer. Mit so einem Rückgrat ist es ein Wunder, dass sich euer Volk ergeben hat. Es geht nicht um Rückgrat. Mit größter Wahrscheinlichkeit ist ihr Major Ingram tot. Scheiß Wahrscheinlichkeit! Wenn es auch nur eine winzige Chance gibt, dass er lebt, hole ich ihn raus. Sie gibt es nicht und sie werden auch getötet. Nicht nur ich, Franzose. Doyle kommt mit mir. Na los, Doyle! Wir machen das, auch wenn wir allein dabei sind. Ich weiß nicht, was sie da sagen. Keith! Ist Ihnen endlich ein Rückgrat gewachsen? Wir können es nicht zulassen, dass auch Sie und Doyle noch fallen. Nett, wie Sie sich um uns sorgen! Franzmann! Nett, wie Sie sich um uns sorgen! Wir sollten den Mitra besser schnell finden! Sie fahren doll! Los, los, los! Er ist verstanden! Er ist geschossen! Leider nach! Bitte die Flache bauern! Leider nach! Hey, du Idiot von Dörf! Er ist nach von meiner Flaschfrau! Er ist er geschossen! Er ist armelhaft! Die Deutschen wissen jetzt, dass wir hier sind. Wir sollten den Ingram besser schnell finden. Los, los, los! Los, los, los! Los, 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 los! 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 Hm, los, los! Los, los! Los, los, los! Geht auf! Hier eingeschränkt von der deutschen Armäut! Bewegung! Geht auf! Warte, Feuer! 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 Los geht's! Wir haben hier einen Ramping! Sorgen nicht, wie nicht auf Ihrem Puss! Was ist das für den Boden? Oh! Er hat zur dritte Kompanie hierbleiben! Verkappt den Frio ein! Achtung! Werfe eine Grenade! Haltet ihn! Wir werden auch auf Ruhe vom Trieben sehen! Feucht nicht die Truppen! Verlassen die Deckung im Norden! Los! Jetzt! Ich schaffe ihn! Haltet ihn! Auf Halt! Haltet ihn! Wir haben Fünced und Gebeutnach! Von der Feuer auf die Fenster am Weg! Heid! Alle wollen! Auf Halt! Die Fünced und Feuer werden sie aufhören. Wir folgen! Wir folgen! Sie ist ein Schotting convergence! Geh in Deckung! Bewege Bewege Eins weniger der Major ist nicht in dem Keller da vielleicht Ihr habt denn die Lamen mit mit demКonten? Halt mich im Vertrieb, ihr habt die Chance! Eue Ego! E2 im證ing Sport E2 imGereck Achtung, Galate! Geben, die Amtas mit dem Gebäude ab, E3 imGereck E5 imGereck Darüber für den Wetter! E3 imGereck E3 imGereck Los, los, los! Los, los! Träger! Los in die Hand! Ich bin in Helfer- und der Kuh! Dat die Unif Avensicht! Sobald die Unif Oddmann! Das ist schon los! Dat die Unif "'ish"! Verbrechen! Redkt die Verwärten! Was ist das? 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 Der Deutsche, der mich gefoltert hat, sagte was von drei, nichts von einer Feuertruppe. Was ist das? 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 Ich denke, wir gehen los! 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 Wir gehen los! Wir gehen los! Wir gehen los! Und jetzt raus hier! Ich brauche nur mit Joll! Ich bin ein Gord! Meine Fressen, meine Reine! Das kann man nicht ausmachen! Meine Wurz! Hier ein Geschenk von der Deutschland! Ich bin ein Gord! Ich bin ein Gord! Hier ein Geschenk von der Deutschland! Auf geht's! Wir sehen uns in der Hölle! Wohne in Berlin! Der Bist du nicht in Berlin! Wie ist es? Ich bin ein Gord! Ich bin ein Gord! Wir sehen uns wir uns in Berlin! Wir sehen uns ins Bord!